Holger Badstuber am Nachmittag beim Medizincheck in der Viktoria-Klinik in Bochum. Für Schalkes Neuzugang stehen alle Ampeln auf Grün für sein Engagement auf Schalke. Und Badstuber ist heiß auf seinen neuen Arbeitsplatz und die neue Herausforderung. Ein tolles Stadion, immer ausverkauft. Wahnsinns-Fans mit Leidenschaft, Emotionen. Ich bin ein emotionaler Spieler, ich bin ein emotionaler Mensch und ich bin es gewohnt zu gewinnen und ich will gewinnen und ich will auch diese Mentalität hier natürlich noch mehr reinbringen. Guido Burgstaller kommt von unseren Freunden aus Nürnberg zu uns. Er trainierte am Vormittag mit Höwedes, Nastasic und Badstuber. Für ihn bedeutet Schalke 04 der nächste Karriereschritt. Deswegen war seine Entscheidung schnell gefallen. Da habe ich eigentlich gar nicht lange überlegen müssen. Es ist ein riesengroßer Verein. Ich bin sehr glücklich, dass ich für solche Vereine spielen darf. Dass ich für den Verein auf dem Platz stehen darf, wird alles geben, wird mich komplett rein haben für die Mannschaft und bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Badstuber und Burgstaller. Schon am Samstag im Test gegen Chemnitz könnten sie das erste Mal im Trikot auf dem Platz stehen. Davor werden sie aber morgen mit der kompletten Mannschaft zusammen trainieren. Ab Acts 4 Arbautot Vielen Dank.